fucky fuckies ja ich bin mit dem fucky fucky wenn da niemand grieche ist fucky fuckies und valhalla ja herzlich willkommen hallo jetzt machen wir mal ein bisschen fucky fuckies immer oh meine map die wir nicht so oft spielen die kennen wir aber schon gut eigentlich aber die kommt auch selten die neuen maps kommen immer total selten gut ne da fängt das neue match richtig schön an das schöne ist der ts immer noch und der mensch ladies and ladies oh mann wenn also geht immer richtig im moment scheißen weißt du ist echt fertig der ist jetzt echt am ab wirklich am abseilen oder ist eine pinkeln der typ ist es echt ein fertiger bums kopf ne mann der sitz ist gerade auf dem klo drückt sich dann ab mit seinem orangenen bart und will also da willst du motiviert in die runde gehen weißt du dann scheiß ich erstmal das u weg wieder also gibt's doch nicht bronzer ey ja bronzer ey was machst du denn da auf dem pot ja solche hosen scheißen oder das ja wenn du da zu länger weg bist du dann stoppen wir eben kurz ja dann bist du eigentlich auch klo ja was sollen wir das aus den inhalt und die konsistenz sagen so lange war ich jetzt auch nicht weg anderthalb minuten höchstens erst mal hauptsache du bist jetzt aber im schalter eg ich hab jetzt kein bob mehr so ein kleines kind weiß ich möchte ich mich nicht mehr nein nicht genau der brot war gerade auf der brot der brot war gerade auf dem der brot war das ist das ist das jetzt okay ab geht's michael jackson bieter 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 ok leute ab geht's man hier kann schön reinspringen die bude ab geht's aller eins ist blockiert die die am elli ja gut dann hat wird man steht doch da oben ich habe noch eine blend ihr wollt ihr verarschen wir haben uns lindet die denn durch also wie denn das kann gar nicht sein neben geworfen ist ich habe hier reingeworfen guck mal drinnen und die blendet ich sehe ja nicht dass wir den wendet wegdrehen als ob so auch was auch verdreht was einheit verletzt einheit verletzt was sie können wir können wir sichern ja geil leute man das ist scheiße man ja was denn sag doch mal ich kann nicht rein ich hätte dich nicht safe hey mich hättest du so nicht holen können aber wo sind denn alle nice da brunzer sind alle boah ey entschuldigen brunzer dass ich noch gekillt hab ich wollte nicht dass die feinde deine eingeweinde nehmen weißt du noch mal ein kasten hier du bist mein bernd ich sehe mich seit wann sind da zombies alter was nehmen wir die jungs weiter 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 lass mal schalter nehmen komm ist geil ach kevin dennis lass uns jetzt die runde gewinnen hey dennis guten abend guten abend guten abend guten abend kämpfen das immer gemacht ja ich war das patrick kitzel nein mein keks von den dinos nicht die mama mit der pfanne hat immer die pfanne daran bb weißt denn dass wir jetzt mal den raum verborgen patrick immer weißt denn ja dann müsstest jeder mitbekommen der patrick ist auch so einer der im bau auf dem markt steht und verkauft wu Rafi mal salami das Boot teil mein das ist das ist glaube da hat er alles gut was grüns open Der Wurst-Achim, Alter. Der Wurst-Achim, ey. Geh mal weg, ey. Was tue du für ne Maske auf? Na, ne Ahnung. Guck mal schon rum. Ey. Warum? Hast du das? Punkte. Ich glaub hier auf der Seite ist Action. Warte mal, ich werd mal der Drohne raus, ja. Da läuft auf jeden Fall schon jemand. Pass auf, Alter. Pass auf. Ich lass mal den Fahnen, äh, ja, da kommt jemand. Du kannst nicht schocken, wenn du auf dem Boden bist. Komm, niemand? Hallo. Zwei Stück? Sorry, zwei Stück? Alles klar. Alles klar. Patrick, mach da hinten irgendwo. Wir haben ja schon. Hab die weggegiftet. Wir dürfen ja nicht alle hier von einer Seite kommen, wenn das noch zwei sind. Bonzo, aber tu mir mal einen Gefallen, lauf mir nicht vor meine Waffe, ja? Das wär sehr nett. Ihr habt wieder Action und ich muss hier wieder alleine stehen. Ich versteh kein Wort, dank TS, Dennis. Bonzo, nicht vor meine Waffe rennen. Wenn ich so bin, bin ich dann vor deiner Waffe so? Nee, jetzt schon. Okay. So, so, so. Ich kann dann eh nix machen, dann mach du da komplett. Ja, warte, 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 ist ja Zeit hier. Pass auf. Oh, hier. Hier wird aufgemacht. Oh. Hast du der Sponsor? Ja, ich versuch's, ne? Wir waren zuvor. Leg dich am besten. Okay, der kommt jetzt wahrscheinlich. Nicht alle da drauf gucken, Leute. Ah, Mann, der kommt durch die ein. Durch den, ich dachte, den habt ihr. Gläsmann. Lol, ich habe einfach ein Gespräch verbrochen. Die Feinde aushalten. Die Feinde aushalten. Ah. Mach den Winkelspitz, denn es gehe rechts in die Ecke. Ja, ich brenne, Mann. Hä? Die kommen jetzt von hier? Äh, ich seh's. Boah, ich habe ja einmal getroffen, ey. Fuck. Weg da, Alter. Okay, das war's. Alter. Wo ist der? Wo ist der? Nicht chasen, Brunze. Nicht facen. Jetzt Posi nehmen, komm. 40 Sekunden, Brunze. Halten. Bleib da nicht stehen, Brunze. Weiß. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Ich renne hier rüber, weiter. Ja, genau, genau. Sehr gut. Ah, die weiß, dass du da bist. Da. Aber dann kann Dennis ja immer noch, wenn die sich auf mich fokussiert. Oh. Alles. Was? Komm rein, Brunze. Boah, ich habe Black of Doom, mal da nix. Das war's. Wie ein? Wie ein? Wie ein? Wie ein? Wie ein? Stay, stay, stay. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Glass, Alter? Der läuft da durch mit einem Pong? Ich hatte grad nen scheiß Gritsch, ne? Gerade in dem Moment, wo ich schießen sollte, ne? Krass, ey. Egal. War Hude. Den einen haben wir noch wieder geholt, zwischendrin und so. Komm jetzt. Ab geht die Party wieder. Die Party geht ab. Wir sind ein Currywurst, kleiner, kleiner Curry. Was geht's? 1-1. Es ist noch alles drin. Für die Schildfotzen. Hey! Hey, hey, hey! Man, dug mal, bomb matteros. Ich weiß noch die assunto hatte ich sie. 's eh. DIN 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 DIN! DIN 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 DIN! Komm die Sonne! Ha 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 Ca Ha 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 Oh da war es Bedürfes, das dein ist beschlagen. Mann, wir waren in Rogue One schon gucken. Wie fandet ihr den Film eigentlich? Boah, richtig gut. Na, gehen wir jetzt erst gucken. Ja, das ist gut. Ich hab nichts gesagt. Ey. Mitternacht, Romy. Ich hab so einen geilen Film gesehen. Ach doch, ich bin eingeschlafen. Wo sind die, Wichser? Wo sind die? Ich hör sie, ich seh sie aber nicht. Die kleinen Schweinchen. Oder von Star Trek Enterprise. Wo sind die, Viren? Sag mal. Feind der Menschheit. Ey, wie der gerade durch das eine Fenster mit Smoke reinkommen wollte. Ich spray einfach mit Pump alles zu. Wo sind die Virenkis, ey? Die Virenkis, Alter. Aus Deep Space Nine, oder was? Deep Space Nine. Fünf Meter Ohren, Alter. Ja logisch. Alles mit Michael. Michael ist auch Virenkis, Alter. Virenkis, original Michael, Alter. Michael. Seine Ohren schweilen immer an, wenn er sich freut. Mit Alter so, oder? Boah. Boah. Halt's auf, Alter. Immer wenn er mich der Kopfhörer aufzieht, dann so. Boah. Ey, halten Virenkis. Ich gehe hier links rein. Okay, ab die Luzi. So. Hast du vor deiner Ben, äh Dennis? Ja, da ist ein Puls. Hier. Lock dir mal daher, genau. Helf ich dir mit Feuer, nee, ne? Nee. Der steht in dem Winkel, hier, Patrik. Nice, Bonze. Ich gehe von unten, irgendwie. Ah, nice. Bis hier gerade nix, ey. Oh, mein Gott. oh mein gott nein ich hab die falle noch kaputt geschossen einfach die falle noch kaputt geschossen wir arbeiten sechs sekunden wir holen mich für mich hat eine wieder wer war das der fickfack da hinten ist einer dass wir auf der anderen seite der fickfack hatte ich auslösen getötet nice mei thank you thank you so much wieder so hinterher ziehst es geht doch zwei zu eins leide ist das nicht schön da mache ich doch klappt mal die besten ich fand in den raum eigentlich ganz gut den wir hatten was hat mit den waffenlagerschränke haben wir gehabt deswegen haben wir den ja deswegen haben wir den noch mal ja genau richtig patrick der party kriegt wieder in seinem freundebuch ein eintrag hattet ihr früher ein freundebuch da ich bei dir ja aber keine freunde ich hab immer selbst reingeschrieben das wird das weiß kann ein bisschen die kuri ich glaube schon war ich dann sei ja ich hatte wirklich keine freunde ich habe immer selbst reingeschrieben und dann und dann und dann und dann und dann und und dann 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 kennst du es nicht alle von einem mann wo's mein auto oder aber mit so was schon gut schauen ne ist euch mal aufgefallen dass das so ein bisschen aussieht wenn man so durch rennen wie ein laserschwert alle hier liegt alles kein leser schwert von so mann guck mal er wurde er wurde das leger schwer der abg ist man hat von uns ist wieder mutige ich mache mal eben eine kamera ein bisschen richtiger mutiger bei doch dann lass uns mal ein bisschen herum für ihr verspast ich glaube du kriegst ein besuch dennis da ist schon einer ich habe alles schön ja sehr geil von zu sägen kamera hat ein fenster der bronzer keine sorge er ist direkt dahinter der hat dann claim operatiert alter wir dürfen keinesfalls nach draußen rennen aber er ist angehittet er ist angehittet aber das ist momentan nur der sniper ich habe kamera wenn du musst du curry curry wenn der reinkommt der sniper mann sage ich dir bescheid ok der schickt eine drohne rein curry sniper kommt sniper kommt 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 pass auf wenn oder wer auch immer in diesem raum ist zwei kommen da curry zwei kommen da 33 stück auf der seite curry ich mag hier die nicht ich mag ich mache hier das fenster erst mal immer noch einer curry der platziert bei dir direkt bei dir kriege da weg ich sagte mir die kommen wenn wir noch kurz stehen ich bin geblendet ich bin geblendet ich bin geblendet ich brauche ich sage ich sehe das nicht bei blieb in die ecke oder so ja wir liegen wir liegen von der einen seite kommt noch keiner curry jetzt kommt einer rein curry der ist jetzt in ein hab ich der kommt jetzt rein durch die tür durch ein dauer und verbrennen die gegner sich an dem raum ein einer hier praktisch da kommt es einer der leistin ein paar situs rein die rechts um rechts 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 in die ecke versteckt genau schön rechts rechts halt doch da einfach sitzen nicht der links liegt ja nicht nicht er die bildung ist wieder von drucken sehen aber nicht nicht zeigen ganz knapp so viel gespray manchmal manchmal fehlt halt ein bisschen der skill das ist noch nichts gefuttert hier so schnell dass man natürlich aus der hände rutschen aber 22 ist okay hat der raum da gerade den fand ich echt gute ja ich finde den auch nice klar die haben da auch gerade gewonnen wie hieß der raum weiß man das waffenlager war das waffen schränke knifften lager knifften lager die schnödel jetzt werden die schönes glatt gemacht hier jetzt will ich mal was sehen hier freunde genauso dass der kampf das ist die kriegstrommeln da sind sie nicht aber den erigen seien streaming raum oben irgendwo eine raum wäre die sind oben irgendwo ich habe sie renke wieder ich habe gerade waren wo die haben dann auch gar nicht gewonnen ok nice die hole ich mir jetzt weg die wichser da sprach ist so eine scheiß granate rein ne bums jetzt alle weg aller ich mag hier alle alle haben wir auch die leute let's do this guy is come on guys let's do this guys come on come on kameras nicht vergessen kameras nicht vergessen warte ich bei dir ist auch eine kamera gewesen hattest du dich schon ist ja die ist kaputt hier gab keiner am schlüssel oh mein gott das ist nicht machbar alter konzentration ja ich der saß seine eck ich habe ihn gar nicht gesehen doch dann alles ich hatte ich werfe eine kamera rein ja macht es weil hier er kommt er kommt lehne dich andersrum bronzen andersrum lehnen du hängst nach links aber dann sieht man nicht doch seine beine zuerst weil hinter dem schrank sitzt einer weiße der ist aber irgendwo einer pass auf auskennen hinten das ist von der anderen seite der ist hier um die ecke alter das gibt es doch nicht der ist so dunkel getan gerechnet rechts um die ecke ist der curry nice 16 hp alter ja riskier einfach boah schade ja scheiß dass man ein schilder zuerst gesehen hat ne schade ey du hättest ihn echt holen können so ne hättest er machen können ne ich hatte 16 hp alter keine chance stell ihn mal so anders die posi war richtig geil so aber der hätte ich halt besser gesehen so komm jetzt mann wir dürfen nicht schon wieder losen alter was ist denn hier los ey mal seid ihr unfähig oder was die map ist schwer ne nein in anheim ist ja grad eben die playstation experience ne und naughty dog ist auch da ja the last of us 2 vielleicht egal oder nur gc zu anschauen vielleicht vielleicht aber auch nicht nimm den penis an und dreh den einmal um mach doch selber ok warte wie war das die salami von patrick ja nein nein das ist man die können hier direkt einbrechen ey wieder vier uhr morgens ey krass krass bei uns von alter alter hab ich schon weggeballert ne nehmt euch die besties ich finde wir haben es verdient zu gewinnen oder ja komm jetzt lass mal rein fighten hier es bleiben fünf Sekunden also hier wird gleich spaß geben sag ich euch ey die im raum alter das wird krass komm über die seite ich glaub ich bleib hier in der ecke vorsicht Factor ja feld fusi ich hab den noch voll erwischt ey ja der ist hier ja der ist hier ja der ist hier ja der ist hier naja feld 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 a �도 What the buck we results wo markier mal bei uns okay ich hab die kameras da kommt eine Drohne rein Ben vor dir ich hab den Flur vor euch Kevin geh mal zurück ich hab das alles ich hab das alles hier da ist einer Curry bei dir irgendwo glaub ich bin jetzt tot Aaaaah ich hab ihn aber gut geht glaube ich noch wo ist der letzte wo ist der letzte hier rechts bei mir okay deine Wand hier also ja scheiße kann ich ja gar nicht rechts eine Minute der müsste gleich hier reinkommen dennis du müsstest dein Fenster dennis links das Fenster ab aim weißt du ja da genau der kommt gleich da rein genau ich höre den immer noch da ist er er hat sich zurückgezogen das ein gutes Zeichen er hat nicht mehr viel aber du hast noch vier Bonze bleib 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 er kommt jetzt hier rein genau da kommt jetzt hier rein hier ist auch eine Wand offen dennis weißer bleib aber da hinten genau jawoll jetzt ist er fast da und jetzt holen geh geh weg Bonze geh du hast vier Leben alter er hätte ihn noch so holen können Patrick geh in die Ecke rechts oder bleibt tot er hat noch einen HP oder den musst du nur anfurzen dennis oh ehrlich nein fucky fucky bleib das ist doch der letzte oh nice 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 sehr schön nice oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott boah so voll der qualvolle Tod so weißt du bei ihm Anlag alter ne 3-3 komm wir kommen nochmal zurück hier Leute nice ja alter übertreibt nicht hahaha das machst du nochmal klar nice was nehmen wir Waffenlagerschränke go na klar Curry der Penisse jetzt möchte ich mal bitte abgesaved haben hier ja ja natürlich da kommt jetzt da kommt jetzt wieder äh Gas und wieder Kapital ich sage ich euch Kapital Au da müssen wir irgendwas machen jetzt ne klar ey wir müssen den Bio gefahr wir müssen auf jeden Fall uns jetzt auch welcher Eingang ist das da ne ich geh da mal einfach jetzt auf die andere Seite des Gebäudes ja ja auf die Tür aber warte 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 ich noch nicht noch nicht lass mich da durch ihm können wir das hier auch mal komplett zu machen hier die Seiten hier äh ne warum ne weil da schießen die immer von außen dann rein wenn da einer liegt weißt du das hat uns jetzt ja ja da lag aber nur da lag aber nur einer weil hier ein Loch drin war dann machen wir das hier zu können die aus dem Winkel nicht rein schießen wir wollen sie werden wahrscheinlich gleich wieder hier durchbrennen dann wieder wieder alles stürmen es bleiben noch zehn Sekunden magazin wird geladen fünf Sekunden hö ich hab das eine Fenster auch mal zu ja genau die Drohne der Gitter hat den Genogefahrgutbehälter lokalisiert sicher 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 ich mache es mir okay Leute kommen jetzt ja da hören sie schon wieder schnippern wenn ihr den habt sag mal ich bin auf der anderen Seite ne die Leute Posi einnehmen ok hier geht auf ok die Brenn sich wieder war das das Fenster oder was war dann ja das Fenster ja ok 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 das save ich ok das save ich machst du das Fenster ja ja ich hab's ok ok oh hier ist einer oh ich bin tot wo denn hier auf der Seite hier Curry ich lade nach ich bleib hier in der Ecke ich könnte dich heilen ne genau heil versuch's dir zu heilen ja jetzt haben wir geprobt er kommt rein aus dem Behälter zu sichern eingestellt alter das kann nicht sein kannst du mich kurz heilengucken ne gerade nicht jetzt kann ich nicht heilen komm her warte ok ok hier ist bei mir noch einer auf der Seite ah der ist hier Leute könnt ihr hier rüber kommen wo Malkehmer ja Bämala nice 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 komm jetzt sind wir im Vorteil boah krass ey schön gut dass die noch auf der anderen Seite war da waren die auf mich fokussiert deswegen konnte ich auch zwei holen der Ben konnte da drüben was machen und ihr gut dass du mich noch geheilt hast Curry weil so war ich noch nicht tot dann als ich mich noch mal getroffen hatte ich hab das voll verpennen also das da war das aufteilen ist ganz nice ey das war mega geil ich sag halt der Raum ist einfach nice es wird doch hier es wird doch ich packe jetzt aus dem scheiß Hammer und der Bronze immer sondern 하지 Leute jetzt eine Runde gewinnen und wir haben wieder你有 in der Tasche ja klar ja klar Dennis jetzt ehhh greif hier mal an die Eier da und ab geht's ey wenn ich das mache habe ich leider beide Hände weg achso zwei magische Glockenkugeln ey ja Brunze ne Ne Achso Tscho Wasser Weißt du wer geil ist, Bronzel? Deine Mutter, die nicht mal zwischen zwei Türen Okay, wieder der Raum, wieder der Raum Sag, bring doch mal mit zu TG Es ist wieder der Raum, Freunde Es ist wieder der Raum Ja, ja Wo ist das? Östliche Einfahrt Bitte diese Einfahrt freihalten Ja, mir ziele reich Meine Damen und Herren Hier spricht der Kapitän Was ist los mit euch, ey? Ich bin Polizist Bleibenbleiben Jetzt gehst du wieder durch den Eingang Packen die ihre Hände auf den Arsch Wo der immer durchkommt Patrick, der schwingt da rein Pass auf, sie schnell Da rennen die wahrscheinlich mit Curry Keiner, Patrick? Nö, kann ich ihn gesehen Fahr mal eben mit ner Drohne rein, geh mal zurück Ja Wenn du hier in dem Raum drin bist, ist Der Raum ist komplett leer erstmal Okay Der Raum links daneben scheint auch frei zu sein Ja Und dann? Ja, die sind jetzt hier im Raum drinne Aber Einer, der fährt da mit dem Puls rein Vorsicht Vorsicht Oh yeah Ey, es ist lange in der Punkt Mal komm, da möchte ich mich einfach nur selber schlagen Ich möchte mich einfach nur selber schlagen Er ist genau hier hinter, das ist aber ein Puls, Patrick Der ist quasi genau rechts neben dir Okay, ich komm zu euch Und bei der Tür ist noch ein Kapkan Vorsicht Unterstütz euch mal Mal nicht hier rein, ja, ne? Geh weg, Ben Geh weg Nice, Brunze Der liegt, der liegt, Brunze Vorsichtig, Patrick, vorsichtig Ich gebe ihm den Gnadenschuss, Brunze Scheiß auf den Nicht, dass der halt wiederbelebt wird, weißt du Ne, warte, ich mach Alter Der ist schon weg, der ist schon weg Ja, wo ist der denn, Alter? Mach ne Granate, geh weg Na, fuck, jetzt hab ich die daneben geworfen Wo sind die denn überhaupt, ich hab ja keine Ahnung Links von dir, Brunze Nice, Brunze Nice, Brunze Okay, ich komm vor einem anderen Fenster 50 Sekunden Ganz ruhig, ganz ruhig, alles gut Nice Ist der da noch, Dennis? Äh, Patrick, der komische Poliz Ich muss nur nachhören Keine Ahnung, ja, ich glaub schon Ne, der ist tot Ach, der ist ja schon tot Sorry Boah, geradeaus durch ist noch einer Genau, ja Ah, fuck, jetzt liegt die Klappe runtergefallen Oh, mein Gott, wir müssen jetzt hier Können wir jetzt reingehen? Patrick, komm schnell wieder hoch Wir müssen, wir müssen, go, 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 go Bin ich den jetzt hier Ich komm hoch, ja Wenden, du musst rein Jo, geil, ich bin dritt, ne Nice, Brunze Im, im Raum ist einer Oh, der hat mich geneift Ballin weg, rechts im Raum Nice Nice Links, links, Patrick Fucky, 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 fucky Hinten, hinten durch Hinten durch Nächste, nächste Brunze Nächste Ja, weiß ich doch nicht, dass so eine Falle ist Hier ruhig Brunze, 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 Brunze Bleib da Bleib da Ganz rechts, ganz rechts Der kommt, der kommt, der kommt Scheiße Boah Bewegt sich Der kriecht, Brunze, der kriecht Ja, meinst du? Ja Soll ich rausstürmen gleich dann? Nö Weil der müsste dann ja starten Nimm den Akkubohrer, nimm den Akkubohrer Ja, nimm den Akkubohrer Lad nach Rechts Lad nach Ich würde aber nicht rausstürmen, Leute Lad nach Ist Ist doch Ich würde nicht rausstürmen Geh langsam und mach Prefire einfach Wollt ihr uns machen? Der wartet genauso wie Ganz rechts Ganz rechts, ganz rechts Ah, scheiße Ich weiß nicht, wo er ist Hast du keine Drohne mehr? Hast du keine Drohne? Ganz rechts, ganz rechts Ganz rechts Noch weiter Da liegt der, da liegt der Okay, holen Der liegt denn Der liegt denn Der schieß Ja, ja, ja Berl Aker Brunix, 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 Berl Aker In dem Moment, wo er sich hingelegt hat Hat er keine Chance Hinlegen ist das Schlimmste, was du machen kannst Alter In der Situation auf jeden Fall Du bist einfach zu statisch Da war's, da war ein Joala, komm Joala Joala Wollt ihr Envy, Alter Ein Envy, der Berl Es hat wirklich nicht meine Schuld Ja, Leute, wir sehen uns wieder Wir morgen bei der Neuen Vergräber aus Dixi Ich bin stolz auf die Schildfotts Diesmal Ich bin stolz Das war echt ein geiler Sieg, ey So können wir doch weiter vorantreten, ne? Ab geht's Hau rein Pau Der muss es immer machen, ne? Was denn? Krebs einfach Krebs